Würdest du mich fragen, was das Wichtigste ist in deinem Leben, wenn du etwas verändern willst, was du nicht mehr haben willst, dann würde ich sagen, das ist dein Fokus. Was ist der Fokus? Der Fokus ist deine Energie, deine Schwingung, das, was in dein Leben zieht, was zu dieser Energie, zu dieser Schwingung, zu diesem Fokus passt. Und wir neigen alle dazu, unseren Fokus auf dem zu halten, was das Problem ist, das, was wir nicht wollen. Und deswegen, wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir unseren Fokus weglenken vom Problem hin zu dem, was wir wollen. Und oft ist der Unterschied zwischen dem, was ist und dem, was sein soll, so groß, dass wir es nicht mal schaffen, unseren Fokus wegzulenken von dem Problem auf etwas, was wir wollen, weil das so weit entfernt scheint. Und dann ist es gut, ein Nickerchen zu machen, zu meditieren, den Fokus auf irgendwas zu richten, was vollkommen banal ist. Oder auf eben diese Kleinigkeit in unserem Leben, die richtig gut funktioniert. Wenn du das tust, wenn du deinen Fokus wegnimmst vom Problem auf etwas, was okay ist, was gut läuft, was banal ist, was fein ist, was gleichgültig ist, hast du schon viel geschafft. Weil dann hast du deine Schwingung verändert, deine Energie verändert. Hokus, pokus, fokus. So, das war ein Tipp zum Glücklichsein, ein ganz, ganz wichtiger. Und mehr davon findet ihr in Peer und das Glück. Gibt's auf Amazon.